Was gibt's zu lachen? Was ist mit dir los? Was hat die denn geraucht, ey? Schlechtes Wetter, Zigaretten fliegen tief heute. Ich dachte, sie wirft einfach alle. Nein. Es war alle, die sie dabei hatte. Ich weiß, aber ich dachte auf einmal so. Das ist das, was ich halt mit deiner Frau gerade geschrieben habe. Wieso? Wieso das denn, Mann? Wieso? Wie kommt man nur auf so'n Schwachsinn, ey? Oh, ich hab auch Schmerzen. Oh, ich hab auch Schmerzen. Um Gottes Willen, ey. Oh Mann. Ja, sie hat doch vorhin schon eine geworfen gegen deinen Arm oder so. Und dann kam mir die Idee und hab sie angeschrieben, sie soll ich bitte mit Zigaretten bewerben. Oh Gott. Oh, ich hab Bauchschmerzen. Oh, ich hab Bauchschmerzen. Ohohohohohohoho. Ey, nur Flausen im Kopf der Typ, ey. Und das meinte ich halt mit, ich bin ja nicht bei dir, deswegen kann ich's ja nicht machen. Aber ich hätte auf volle Kanne geworfen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Geht's noch? Kriegst du noch Luft? Nein. Oh, ey. Und die Luft einfach rein. Oh, scheiße, ey. Da kriegt er gar keine Luft mehr, ja. Fuh, fuh, fuh. Fuh, scheiße. Oh, fuh. es war doch missbrauch deswegen meinte ich ja ich wollte das halt nicht so sagen dass ich dich kurz missbrauch dazu fällt mir nix mehr ein hier jetzt ist mir warm kommt das denn ich gar nicht kann es mir vorstellen wird bestimmt schon weh das grinsen oder alter kiefer sperre vom feinsten und weil sie sie schreibt noch so sind mir aus der hand gefallen jaja ist klar ist klar ihr habt doch gesehen wie genüsslich du geworfen hast ja das hätte ich gerne gesehen hat irgendwie so eine kameraperspektive auf sie gerichtet wieso